Ja und herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator Ich habe hier schon unseren nächsten Auftrag ausgesucht Von Gallup nach Albuquerque Ist ja glaube ich die Hauptstadt von New Mexico Wenn ich da richtig bin Mit einem besten Star und Fruchtsaft 46.000 Pfund Let's go Erstmal wie immer wieder Viel besser 1000% besser Okay Dann haben wir Tanklaster Und einen coolen Destin Staur Mit einer okayen Hube Dann legen wir mal los Ich glaube wenn ich das richtig sehe Müssen wir hier rechts raus Ah da vorne Und er zieht zumindest ziemlich gut Der Western Star hier Turn right Mal schauen sie glaube ich 100 57 Meilen Sollte wieder machbar sein In so knapp 20-30 Minuten Get ready to turn right Turn right Spiel ist ein bisschen klein Ja gut da halte ich mal Von Track an Da steht schließlich schon Do not Stop on Tracks Das heißt sobald grün ist Können wir uns ein bisschen Nach vorne bewegen Sonst würde das hier gar nicht gut ausgehen Ja es ist grün Vollgas bitte Damit wir das doch schaffen Ja blinkt doch früh Junge Vor die East Nach Albuquerque Ich glaube da gibt es ein riesiges Autobahnkreuz Wenn ich da richtig bin Mal schauen ob wir da durchfahren Würden oder nicht Werden wir dann sehen Wenn wir jetzt erstmal auf die Interstate 40 Nach Osten Könnte möglich sein dass da hinten vielleicht Regen wird Sieht ein bisschen danach Oh shit Oh ich fahre 50 und man darf nur 40 fahren Shit Ah gut jetzt ist es egal Jetzt kommt 75 Hab ich ehrlich gesagt gar nicht bemerkt Dass ich so viel zu schnell unterwegs bin Naja Eine Geschwindigkeit zur Begrenzung Aber kostet halt auch wieder Geld Jetzt kommt noch eine Baustelle sehr gut Welche Spur ist gesperrt? Rechts oder links? Okay die linke Ich dachte schon die würden vielleicht rausfahren Okay das ist echt nicht schön wenn das dort hinten so aufploppt Jetzt könnten sie noch ein bisschen verbessern Ist mir früher gar nicht so aufgefahren irgendwie Ist auch ein schöner Lastwagen Ist ja glaube ich der der von Transformers gebraucht wird Also der der sich verwandeln kann Sieht halt schon auch so ein bisschen wie ein Monster aus Und dann noch mit diesem halben Holzlenkrad Und dann noch mit diesem halben Holzlenkrad Wenn ich richtig lege Liege 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 Ähm Ist Albuquerque glaube ich sehr bekannt Aus der Serie Breaking Bad Also sie hat dort Spielt Wenn ich richtig bin Und daher kennt man ja die Stadt ein bisschen so Vom Aussehen her Und auch wieder so eine Stadt die mitten in der Wüste liegt Und ich glaube 80 Meilen Es fehlt halt echt noch das dort im eingebauten Navi steht Wie weit das noch ist Also wie lange man noch fahren muss Haben wir eigentlich die Startgrenze schon überschritten? Wahrscheinlich schon oder? Ein Schild habe ich jetzt nicht gesehen Oder waren wir vorher schon in New Mexico? Scalap New Mexico Könnte auch sein Dann habe ich es wahrscheinlich einfach übersehen Schön hier mit diesen Grünstreifen in der Mitte Der halbwegs grün ist Hat was Schade Zu Zu früh gefreut Was für Aussichten Die Highways in Amerika sind schon ziemlich krass Wir sind ja auch zum Beispiel durch Los Angeles gefahren Und da gab es auch einen Highway Der irgendwie glaube ich acht Spuren hat Also vier und vier auf beiden Seiten Und das ist für europäische Verhältnisse einfach unglaublich riesig Und das ist wahrscheinlich glaube ich gar nichts Weil es noch viel grössere Highways gibt Erster Aufenthalt in Albuquerque Aber trotzdem war es unglaublich Aber trotzdem war es unglaublich Also es war zwar dunkel aber es sah trotzdem unglaublich aus Ah shit Ah shit Ah unsere erste Vorsperrung Hätte ich fast nicht gesehen Jetzt müssen wir irgendwie Genau was anderes planen Und das ist jetzt hier dieses Autobahnkreuz das ich meinte Schaut euch an wie hoch das Teil ist Riesig Genau was ich sagen wollte man fährt da wirklich mit dem Auto auf der Autobahn eigentlich durch die Stadt Links und rechts Hochhäuser Und unglaublich viel Verkehr immer Nur merkt man manchmal halt wirklich dass die Amerikaner nicht unbedingt so gut Auto fahren können Wenn ich das mal so sagen kann Oder einfach ein bisschen wilder fahren Je nach Stadt vor allem So um die Detroit Area da war es auch ziemlich heftig War viel Verkehr Und da fuhren die wirklich kreuz und quer Also wirklich einfach Lane Hopping So schnell wie möglich einfach irgendwie durch den Verkehr schlängeln Hauptsache ich bin als erster am Ziel Also manchmal wirklich interessant zu sehen wie sich das von Stadt zu Stadt verändert Einmal halt wirklich so Monster erkennt hat Wie sich die Autofahrer so verhalten Ist ja gut Ist ja gut Ich hab's im Griff Wann ich grün? Ich meinte ich hab ne grüne Ampel gesehen und erfährt hier nicht Mal schauen wie es gleich aussieht Mal schauen wie es gleich aussieht Mal schauen wie es gleich aussieht Mal schauen wie es aussieht weil ich eben nicht wollte, dass uns das zu oft passiert, weil das manchmal schon ziemlich nervig sein kann. Da sieht man glaube ich Flugzeuge, wenn ich das richtig sehe. Dann wieder zurück auf der anderen Seite, sehr nice. Komm schon streng dich an ein bisschen. Interessante Landschaften, da hinten Hochhäuser, urbane Gegenden, hier wahrscheinlich eher der Geschäftsbezirk, Flughafen. Sorry. Da war ich ein bisschen fast besoffen, wenn ich mich von aussen noch umschau. Wie gesagt, ist ein bisschen doof mein Setup hier, weil die Maus so weit weg ist und mein Mikrofon immer im Weg, wenn ich zur Maus greifen möchte. Aber nicht mehr lang, dann sind die auch schon da. Keep left. Ja, wir sind einmal noch dran mit dem Unfallgeschäft. Oh shit, wir müssen nachher rechts. Der bremst jetzt auch ab, sehr nice. Ja, ich bin dran. Ich bin dran. Exit rechts. Keep left. Und dann schau rechts. Ach, schade. Ich bin dran. 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 Noch vier Meilen. Katzensprung. Nice, gleich die nächste rote Ampel. So empfindlich. So übertrieben empfindlich. Müssen sie auf jeden Fall noch ein bisschen dran schrauben. Keep right, and then turn right. Turn right. Alter, ist das hell. Bei euch sieht es einfach noch heller aus. Bei mir spielt, oder scheint die Strasse schon so mega hell. Ist immer noch nicht ganz so grandios mit den Einstellungen, die ich da habe. Auch interessantes Gebäude da vorne. Sieht so ein bisschen aus wie eine Pyramide. Get ready to turn right. Turn right. So, dann sind wir auch gleich da. Da kommt ein riesiges Firmengelände auf uns zu. General Mills. Also die Mühlen. Bahnübergang. Sieht gut aus. Eine Schranke. This is where it ends. Ah, danke. Danke für die Schranke, Anke. Müssen wir ganz kurz schauen, wo wir hier hin müssen. Ja, das sieht mir eher so aus, als ob ich hier rechts fahren könnte. Alter, ist das so ein Dirtweg. Ja. Mist? Wieig? Wie, wie, wie? mal direkt hier buren Nö. Allerdings, was war die Linie hinten, glaube ich? Müssen wir irgendwo drehen. Vielleicht hier einfach gleich. Ich schaue kurz erstmal, ob wirklich das rückwärts gemeint ist. Ich bin mir da immer unsicher. Aber ja, die zwei aus. Ja, doch. Sollte gehen. Es war ein bisschen faul von mir, so zu drehen, aber es funktioniert. Auch wenn es halbwegs auf der Stelle ist. Wir müssen ja trotzdem noch da rückwärts ranfahren. Und eigentlich parallel parken. Und könnte irgendwie diese Betonbarriere da hinten ein bisschen heikel werden. Was ich die dann nicht sehen würde. Na ja, also die wären schon zufrieden gewesen. Mit diesem Parking-Job, aber die stehen noch ein bisschen mehr. Gerade hin so. Dann wären wir schon wieder am Ziel. Perfekt. Dann geben wir ab. Sammeln von Unternehmen. Dreieinhalbtausend. Guter Fortschritt. 20.000 haben wir schon. Dann würde ich sagen, war es das wieder für diese Folge vom American Truck Simulator. Vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.